Nein, denke ich nicht. Nicht bei Melly. Ey, komm schon. Außer wenn die Melly in einem Satz sagt mich und dann noch hochholen. Und dann noch sich selber. Hallo, ist es gut jetzt? Von daher Ja, take this. Ich kann es. Aber willst du mich hier verarschen? Fick dich. Fick dich einfach. Jo man, komm, du kannst dich gar nicht packen mit Funky. Ja, ich auch nicht, irgendwie. So eine Mach-Bike-Strecke backward. Nö, ich komm noch. Scheiße, ich komm schon. Die Welt ist einfach in der Luft zum Spruch sind. Ich geh gar nicht hier. Alter, Fick dich, Tobi. Was denn? Oder äff dich. Hä? Wovon redest du? Ja, Pumpe. Achso, die war ja dann noch. Stimmt. Die hatte die abgedeckt und wusste nicht mehr aus mit der Bar. Oh, glaubst du, dass die sich jetzt einen aufgängen kann? Meine Frasse. Du, ey, geil. Das wird rein. Ja, ich kann nicht sehen, wie du von dem Akitu. Deswegen konnte ich nicht sicher sein, ob da noch einer dazwischen liegt. Das hat so eine Chance von 50-50. Mich kriegst du eh nicht. Ich komme dabei, so bin ich. Du hast so wenig getroffen. Ey, Melly ist nicht billig, von daher. Genau, hör auf, sich zu beleidigen. Also, ich glaube, dass du mal gegen Frauen hast. Ja, genau. Ich habe einfach was gegen T-T-T-T, da kann ich nichts dafür. Was? Ich habe einfach was gegen T-T-T, da kann ich nichts dafür. Der war gut. Ich bin auch ganz zicken. Ich komme richtig schnell näher, weil er jetzt mal die Blueschel bedenkt, die ich gerade getroffen hatte. Ja, okay, ich wollte mich verarschen. Von meinem Green? Ich spiele 3, da gehe ich nur die Scheiße, wenn, dann trippe ich aber nur. Die können doch nicht nur die Scheiße sein. So voll krank. Es kommt noch nur Red hinterher. Ich bin deswegen so ein Scheiß, weil du kannst es nicht schaffen. Doch. Hast du ja bei mir gesehen. Wenn einer fällt, dann ist er dran. Ich habe dich zum Beispiel überholt noch in Mumblikstraße, weil du gefällt hast. Das war ja nicht mein Fälle. Auch hier kannst du ja noch zu sterben. Aus dem Comic keine Post. Die Post kommt ja nur, wenn ich versahen kann. Ja. Ich kann zerrasen schalten, weil Tita näher. Weil Tita die ganze Zeit fällt mir, die weiß nicht was. Nö, ich kriege halt so nur Greens. Von daher, deswegen fällt es doch in meinen Backstreet rein. Fick dich. Oh, nee, danke. Ich brauche nur nicht eine Wolke haben, weil ich brauche sie jetzt nicht. Mellick ist topstar. Ich kriege keine Wolke. In Tita waren es auch so ein paar Gäste. In Mumb. Und nicht mal mit die scheiß Blue Shades. Ich hätte ihn schon zweimal geholt. Nö. Du willst gar nicht wissen, wie viele schwule Blue Shades ich hätte schon... Zwei hast du abgekriegt. Ich würde sagen, mindestens. Nö, nicht mindestens. Das weiß ich. Und letztes Item. Drei Strums. Yeah. Ich hatte jetzt zum ersten Mal in den Schuhen gekriegt. Zum ersten Mal. Ich kann nicht so viel, wenn du so schlecht bist. Jei. Egal, ich bin mit Tiz jetzt erst. Warte ich noch. Und ich habe nur noch mal. Ich bin mit Tiz. Ich bin mit. Äanisha. In dem bayern wird das Geschlossen.